Hallihallo und herzlich willkommen. Schönen guten Tag, guten Morgen, guten Abend. Willkommen zur Folge 9. Nicht wundern, ich bin aus dem Bett aufgestanden, hab mir den Wolf gelabert. Eine Minute und drei lang geht das Video bereits, bis ich dann wieder gemerkt hab, hm, mach ich doch mal das Mikro wieder an. So, wir wollten heute ja beten gehen in der Kirche und da aber noch nicht aller Tage Abend ist, hab ich mir gedacht, wir gehen erstmal nochmal ganz kurz Honig holen. Bevor wir dann, äh, die Steindinger, die wir letztens gebaut haben, jetzt auch auf dem Friedhof einbauen. So, und damit wir die Zeit aber bis mittags nicht ganz so verschwenden, holen wir uns halt noch ein bisschen Honig. Und eine Biene hab ich auch schon gefunden, ne? Wie viele? Eine. Ein kleines Bienchen. Ein zweites kleines Bienchen, sehr schön. Ich hoffe, dass ich bald imkern kann. So, mit O. Gehen wir gleich beten. Ja. Ne, gehen wir nicht. Wir müssen ja erst noch ein bisschen ein bisschen bauen hier, ich Nasenbär. Noch ein paar Grabumrandungen. In der Hoffnung, dass wir dann ein bisschen mehr, äh, und so kriegen, ne? So, und ihr wollt ja auch noch forschen zu... Was brauchte ich? Die brauchte ich. 25 brauchte ich davon. Na, verdammt. Für die Kerzenständer 2, die will ich gleich machen. Sonst ist das so verschwendet. Aber ob das reicht, muss ich halt mal ein bisschen Glaube mal, äh, abgeben. Eigentlich wollte ich ja am Gründonnerstag, wie ich es jetzt nenne, mit Schlange reden. Ob das der mir ein paar Infos gibt zum Thema Schlüssel und ich will rein da. Aber gut. So, brauchst du Umrandung? Du brauchst ganz dringend Umrandung. Schwupp. Brauchst du eine Umrandung? Du brauchst nicht wirklich eine Umrandung, du brauchst auch nicht wirklich eine Umrandung. Du brauchst auch nicht wirklich eine Umrandung. Du aber. Und du, du brauchst auch noch eine. Du bist dann sogar voll komplett ausgebaut, wenn man so will. Du kriegst auch eine. Mann, oh Mann. Kann man ja gut losziehen. So, und du brauchst auch eine Umrandung. Und dann sind wir bei fast 50. Sehr schön. Dann holen wir uns nochmal fix das Gebet hier. Dich brauch ich und dich brauch ich. Und dich brauch ich auch. Dann kann ich dich auch nochmal bauen. Na, wenn wir schon mal hier sind, ne? Dann machen wir das hier gleich fertig. Kommt auf 49. Schade, 50 wäre natürlich noch geil gewesen, aber... Nun gut. Beteln wir uns wieder einen ab. Oh, ich würde gerne ein paar Worte sagen. Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Und denkt immer daran, nur der frühe Wurm wird auch gefressen. Von all den Vögeln, die früh aufstehen. Sehr schön vier. Ja, das passt. Das reicht. Das reicht. Wir haben vier Glauben. Wir bekommen nochmal vier Glauben. Und das reicht für die Kerzenständer, die ich dann bauen will. Äh, gibt es noch irgendwas, was ich erforschen wollen würde? Ich kann dich nicht erforschen. Ich kann dich aber nicht erforschen. So. Da der Tag hier aber schon fast wieder rum ist, lege ich mich gleich schlafen. Um morgen dann ein bisschen zu forschen. Brauchen wir Leichen? Ne, Leichen brauchen wir erstmal nicht. Solange der Friedhof nicht komplett aufgerüstet ist, brauchen wir auch keine Leichen. Wie sieht es aus mit Stein? Stein habe ich auch noch ein paar. Was habe ich noch nicht erforscht? Ich glaube, dich hatte ich noch nicht erforscht, ne? Oder hatte ich dich schon erforscht? Ne, sehr gut. Der müsste uns dann die, die sogenannten 25 blauen Punkte geben, wobei ich dann Kerzenständer bauen kann. So mein Plan. Da uns ja der nette Astrologe nichts mehr verkauft, keine Bücher mehr. So. Erstmal ganz kurz gucken. Schlange da? Schlange ist da. Ich denke, der kommt erst am grünen Donnerstag. Soll mich nicht stören. Okay, versuche ihn zu überzeugen. Ich habe kein Problem damit, dass du hier bist. Vielleicht kann ich dir sogar helfen. Hm, du siehst nicht besonders nützlich aus, aber ziemlich harmlos. Hilf mir dabei, dieses Tor zu öffnen. Ich habe diese Anweisung, du musst anscheinend einen Schlüssel finden. Meine Dietriche funktionieren hier nicht. Bring mir den Schlüssel und dann reden wir. Fertige ihn an oder finde ihn. Ist mir egal. In Ordnung. Ich brauche auch etwas, das sich hinter dieser Tür verbirgt. Ich helfe dir. Nimm diese Anweisungen. Sehr schön. Wir haben das. Ich glaube, der Schlüssel, der ist oben. Den hatten wir doch bekommen. Von irgendjemand in der Kantine, hätte ich fast gesagt. Da ist kein Schlüssel. Hier haben wir nur... Was ist das? Achso, der Anleitung für den Schlüssel. Da haben wir den Schlüssel. Wer hat der Schlüssel? Haha. Und ich können wir nicht holen. Da ist gerade Nacht. Holen wir am Tag. Da gucke ich mal, wie weit ich komme mit dem... ...drei Glaube, die ich noch habe. Weil eigentlich wollte ich ja Kerzenständer bauen, ne? Aber wenn ich jetzt schon den Schlüssel habe, ist das natürlich geil. Upp. Dann mal nichts wie hier runter. In den Bunker. Muss ich mich ein bisschen höher setzen. So. Reicht denn der Glaube für den Schlüssel? Ja, er reicht. Oh, der gibt Blau sogar. Elf nur. Ah, gut. Das reicht nicht. Wenn ich dich erforschen will, brauche ich zwei. Hm, na gut. Können wir das also auch erst wieder beim nächsten Mal machen? Aber wir können zur Schlange. Und ich kann da die Tür aufschließen. Ob ich ja neugierig. Dann holen wir erstmal Honig. Honey, honey, honey. It's so funny. Platz da. Hier kommt der Honig. Platz da. Das Honigmonster. So. So. Upp. Erstmal den hier. Ja. Honig holen. Das ist spannend. Aber wir brauchen immer noch die Bienen. Okay. Wachs ist auch gut für Kerzen später. Ich wollte ja noch mal nach anderer Musik gucken, ne? Oder ich baue mir selber mal ein bisschen Daddelmusik hier. Papp, 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 papp. Da sind wir beim nächsten Honig. Nur was Schildes. Ich bin momentan so Musik faul, leider Gottes. Ich habe da gerade eine Schaffenspause. Schade. Keine Biene. Kriege ich hier ne Biene? Dö-dö. Papp, papp, papp. Entschuldigt. Eine schöne Biene möchte ich haben. Dann kann ich bald nämlich mit dem Imkern anfangen. Auch nicht. So, jetzt gucke ich mal, ob wir in den Dungeon reinkommen. Ich glaube, da müsste ich mal einmal... Was kostet mich denn ein Imkern erforschen? Bienenstock. Bienenfreund. Den können wir schon mal freischalten. Den brauche ich. 50 kostet mich der. 50 blau. Ja, genau. Wo soll ich denn die her holen? Ich weiß gar nicht, woher ich nachher blau kriegen soll, ey. Das ist doch schade. Das brauche ich, um dich aufzubauen. Papier auch noch. Naja, gut. Nehmen wir noch einen Schluck. Hoffen, dass der Kollege noch da ist. Wenn wir schon mal hier rumlaufen, können wir auch einmal Holz mitnehmen. Wobei wir Holz gerade echt genug haben, wie ich sehe. Ja, ach, da liegt sogar noch einer hervor. So, und so. Und bist du noch da, Schlange? Komm schon, sei noch da. Nein, er ist weg. Kriege ich die Tür so auf? Oder muss ich mit Schlange schnacken? Ich habe einen Schlüssel. Ich habe ihn in der Tasche. Naja. Machen wir dann andermal, ne? Grün Donnerstag kommt er ja wieder. Machen wir noch ein bisschen die Gräber. Hübsch. Was brauchen wir nicht? Wir brauchen nicht. Dichtig, Dich, Dich. Bienen habe ich 15. Stücke. Das können wir alles behalten. Das können wir eigentlich alles behalten. Bis auf den. Ich glaube, den. Den können wir auch hier lassen. So. Wir brauchen noch ein paar Gräber. So kriegen wir den Tag dann auch rum. Dann baue ich euch auch noch auf. Och nö, wir gehen schlafen. Bauen wir morgen auf. Wo nicht? Habe ich 16. Ja, können wir erst mal. Ach nee, wir können. Ach nee, ist ja. Egal. Wir haben ja, Schlange ist ja eh noch nicht. Der kommt ja erst hier. Da können wir auch noch Honig holen bis dahin. Blödsinn. Martin. Da haben wir ja noch Zeit. Da haben wir ja noch richtig Zeit hier. So. It's a raining day. Halleluja. Dann machen wir noch einen da. Und gehen die erstmal aufbauen. Möhrchen enden können wir auch noch machen heute. Dann haben wir auch mal wieder hier für was. Dass wir auch mal demnächst mal wieder ein paar Leichen bekommen. Ein bisschen frisches Fleisch. Aber erstmal buddeln wir uns hier noch mal einen zurecht. So. Du brauchst einen Krab. Und du brauchst auch eine Krab-Umrandung. Sehr schön. Jetzt haben wir die 50 schon mal geknackt. Sogar die 55 geknackt. Machen wir das mal alles schön hier. Wupp. Jetzt wird gleich Tag. Jetzt gehen wir wieder Honig, die Bietzen. Und morgen ist Schlange dann wieder da. Das passt doch. Und eigentlich könnte ich beim nächsten auch nochmal... Halt, habe ich noch Fledermausflügel? Das wäre schön. Habe ich sogar noch. Den kann ich nämlich schon mal... vielleicht doch schon mit dem Impkern anfangen. Jetzt habe ich mir leider nicht gemerkt, was ich noch an... Ach nee, ist da zu. Ach, Blödsinn. Jetzt habe ich mir leider nicht gemerkt, was ich noch an anderen Materialien brauche. Aber gut, wir gehen jetzt eh hin. Dann hole ich mir mal ganz kurz Zettel und Stift. Döp, 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 döp. Oh, eine Zettel. Oh, irgendein Zettel. Oh, nur ein Zettel. Zettel. Zettel? Ist hier ein Zettel? Ja. Irgendein dumm Zettel hier. Mal ein bisschen falten. So. Honig. Honig holen und aufschreiben, was ich brauche, um die Imkerstation aufzubauen. Oh, Baby, Baby. Wo komme ich jetzt da drauf? Oh, ich könnte ja auch. Was mache ich das nächste Mal? Ich habe nämlich noch Naturaufnahmen. Die kann ich doch nebenbei laufen lassen. Wie jetzt? Keine Lust mehr, hier zu arbeiten? Vier Holzplanken. Ach. Vier mal Planke. Planke. Vier mal einfach. Vier mal Eisen. Einfache. Und zweimal Papier. So. Das kriegen wir doch hin. Holz haben wir ja nur wirklich mehr als genug. Dann wieder den spannenden Honig schnappen. Nebenbei auch mal Honig trinken. Ich glaube, ich brauchte 20 Bienen. Ich bin mir nicht sicher. Um einen so einen Imker-Baukasten, wollte ich schon sagen, einen Bienenstock zu bauen. Och. Gab es hier nicht fünf? Ne, ne? Es waren vier. Ich bin der Meinung, das waren mal fünf. Na, egal. Noch ein Schluck trinken. Wieder keine Biene gekriegt. Und auch kein Wachs. Lohnt sich ja richtig. So. Und last but not least. Biene. Ja. Ja. Dann haben wir schon 16 Bienen. So. Dann gehen wir jetzt einmal Papier machen. Einmal fix Papier machen. Und jetzt ist es einmal blau forschen für die Kerzenstände. Wenn wir das haben, sind wir erstmal auf der sicheren Seite, bin ich der Meinung. Siehst du, die Kerzenstände kann ich mir auch gleich aufschreiben. Die brauchen wir dann ja auch. War das hier oder hier? Ich glaube, hier war das, ne? Ne. Hier war das. Ähm. Einmal das. Und dann brauche ich bitte einmal leeres Papier. Dich können wir hier lassen. Und dich können wir auch... Oh, hatte ich sogar alles. Mensch. Bin ja perfekt vorbereitet hier. Hier mit Schlafen fix. Und sprechen morgen mit Schlangenschlüssel. Hab ich bei mir, ja? Hab ich das Schwert auch bei mir? Schwert hab ich auch bei mir. Und dann hoffe ich, dass wir das Tagebuch kriegen. Ich war hier mal zu meinem Katzen. Ich tue euch nix. Ich hab euch lieb. Oh, war mir so schwer verletzt. Oh, krass. Ich fühl mich so erfrischt. So, Snake. Alte Klaverschlange. Hier ist der Schlüssel. Oh, ich hab ne Geschichte gekriegt. Geil. Endlich einen Schritt weiter in Ordnung. Geh du vor. Die werden so sehen, wer nutzlos ist. Ich werde ihnen ihr blödes Grinsen schon noch vom Gesicht hauen. Von wem redest du da? Ich rede von allen. Alle, die in dieser verfluchten Stadt leben. Alle, die denken, ich seien besser als ich. Nur weil ich... Lisbon? Nur weil sie alles haben und ich nichts. Aber bald habe ich alles. Komischer Kerl. Oh, ich glaube, da ist, wonach ich suche. Das Tagebuch? Hey. Oh, was ist gerade passiert? Ich glaube, ich bin noch am Leben und wieder zurück zu Hause. Oh, deswegen ist das nicht unbedingt gut. Ich muss zurückkehren und dieses Tagebuch besorgen. Ja, und wie? Äh. Also ich muss dazu sagen, ich war noch nie da drin. Bisher konnte man ja auch so mit den Astrologen reden. Aber wie komme ich denn da vorbei? Wow. Mann. Wie hast du das gemacht? Ich weiß nicht. Ich bin einfach zurück zu meiner Hütte gegangen. Na toll. Daran sollte ich mich langsam gewöhnen. Solche Dinge passieren mir ja ständig. Du bist so ein nutzloser Idiot. Obwohl du uns der blieb bist. Das ist echt nicht fair. Ich hasse dich. Wie bitte? Ich hasse dich. Lass mich das kurz aufschreiben, Fritoswetter. Kann nicht sterben. Hm. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Da du unsterblichen Hintern hierhin, äh, da du deinen unsterblichen Hintern hierhin geschafft hast, habe ich entziehen, dass ich in diesem Kerker nicht sterben will. Welcher Kerker? Der ist gleich hier. Der ist gleich hier. Den gab es so lange, bevor die Kirche gebaut wurde. Und niemand weiß, wie tief er ist. Die ersten Inquisitoren bekämpfen irgendwas da unten vor der uralten Abmachung. Wie kann ich helfen? Ich habe meine Quelle. Deshalb weiß ich immer, wo ich Dinge, die ich brauche, finden kann. Und an diesem Punkt meines Rachplans befinden sich viele Dinge, die ich brauche in diesem Kerker. Zunächst brauche ich einen Eimer voll Blut. Und fünf blutige Nägel. Du solltest sie in den ersten Ebenen finden. Dort, wo die Heiden gefoltert wurden. Okay. Das kann ich hier bauen. Schädel an der Wand. Okay, was ist das denn gut? Interessant. Hier kann ich nichts machen. Ich glaube, ich brauche einen Schlüssel, um ihn zu öffnen. Okay. Erstmal alles, was kaputtes kaputt machen. Das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Ja, wir haben hier einen Haufen Räume. Wo wir unsere eigene Folterbank machen können, oder wie? Es ist, ich weiß, es ist blöd. Aber ich würde es ganz gerne nochmal probieren, hier vorbeizukommen. Hey. Oh, ist das toll. Oh, ist das toll. Astrologen. Wir können zum Astrologen gehen demnächst. Ha, ist das toll. Jetzt freue ich mich noch. Nur um dann später zu merken, dass ich dann trotzdem nichts beim kaufen kann. Dann beiße ich die Lampe ab. Dann beiße ich echt die Lampe ab. So, was brauchen wir? Wir brauchen Planken. Vier Stück. Eins. Und dann noch einmal einfache Eisen. Und den Rest haben wir ja. Dann laufen wir. Und wir laufen, laufen, laufen im Laufe-Schritt. Denn im Laufen, 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 da hält sonst keiner mit. Außerbeert. Die alte Rennmaus. Wir haben das Tagebuch schon. Geil. Ich hätte jetzt nicht... Ich habe gedacht, ich muss mich da wirklich erst irgendwie durch diesen Dungeon aböden, durchkämpfen, um dieses Tagebuch zu kriegen. Dass ich das jetzt so einfach kriege. Damit habe ich nicht gerechnet. Sehr schön, Bienchen. Die bauen wir auch fertig. Ein Bienenstor kostet... Vier Balken. Aber mal aufschreiben. Vier Balken. Zwanzig Bienen, habe ich gewusst. Zwanzig Bienen. Und sechs Nägel. Okay, bevor wir die zwanzig Bienen nicht haben. Ich glaube, das ist jetzt Biene... Biene 17. Mal schauen. Brauchen wir ja doch noch ein paar. Drei. Ein paar wären ja nur zwei. Ich alter Lustig-Kuss. Hier fliegen jetzt keine Bienen. Dann werde ich auch eigentlich nicht gestochen, oder? Oh. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Oh, es wird Nacht. Schaffe ich das noch? Wenn ich mich beeile, ja, ne? Muss ich halt gut ausweichen. So, dann müssen wir auf den Astrologen hoffen. Der kriegt dann das Tagebuch in die Hand gedrückt. Das wird hoffentlich bei uns tragen. Jo. Dann sieht das doch schon ganz gut aus. Sehr schön, noch eine Biene. Und jetzt ausweichen. Jetzt nicht sterben, Martin. Das wäre schlecht. Oh, 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 oh. Oh, hau, ha? Oh, hau, na. Zum Glück ist es nicht allzu schwer. Sprach er und starb auf den letzten fünf Metern. Oh, hau. So. Haben wir es geschafft. Ne, 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 ne. Und da wir noch ein bisschen Energie haben. Mal hier einmal ein Holzscheit. Und ein bisschen Feuerholz. Ähm, du bleibst hier. Hier, komm mit. Dich befeuere ich nochmal kurz. Oh. Darf ich rein? Ja, hab ich rein. Entschuldigt. So, Geschichte. Können die mit. Schlüssel brauchen wir nicht. Das können wir hier lassen. Bienen können wir hier lassen. Das wollte ich doch hier lassen. Oh, die haben wir. Mehr als genug. Gehen wir schnell schlafen. Dann gehen wir jetzt gleich wieder Honig sammeln. Wir hoffen noch zwei Bienen zu bekommen. Drei Bienen. 17 hatte ich, ne? Ja, drei Bienen brauch ich. Oh. Ich fühle mich so erfrischt. Hi, De Witzke. So. Und da wir aber auch weiterhin noch ein bisschen Holz loswerden wollen. Machen wir das mal ganz kurz so. Oder ein bisschen Energie loswerden wollen. Damit wir mehr Honig trinken. Okay. Okay. So. Dann kriegst du erstmal ganz viel Brennstoff. So. Den Rest lass ich da. Dann gehen wir jetzt. Ja, wir gehen erstmal wieder. Honig holen. Und morgen geht's dann zum Astrologen. Und nach dem Astrologen beten wir nochmal. Schauen wir das alles noch in der Folge? Ich weiß es nicht. Ansonsten habt ihr ja die Folge nicht viel gesehen. Bienen Nummer 18. Hätten wir gleich die Nägel machen sollen, wa? Die hätte ich sogar noch. Also eigentlich fehlen mir nur zwei Nägel und... Zwei Nägel und zwei Bienen. Wobei ich immer noch nicht weiß, was ich mir zugeholen und nicht mache. Eine Biene. Eine Biene noch. Wir haben drei Chancen, eine Biene zu kriegen. Komm schon. Bienen wachsen auch nicht schlecht. Zwei noch. Zwei Chancen. Komm schon, Papa brauchen die Biene. Eine flotte Biene für dich. Äh, für mich. Äh. Wachst die Wand an. Eine Biene. Eine Biberbutzebiene. Come on. Ach, verdammt. Egal. Ich hätte ja eh noch die Nägel machen müssen. Charade. So, dodododo. Na gut, den Astrologen machen wir noch. Aber beten tun wir dann später. Wie gesagt, wir brauchen ja noch ein bisschen Magie. Damit ihr immer die weiteren Folgen anguckt. Ihr alle da draußen. Milliarden von Zuschauern jubeln mir zu, wie ich gleich mit dem Astrologen sprechen werde und sagen. Jo. Gehen wir erstmal schlafen, ne? Wobei, wir haben noch so viel... Wir haben noch so viel Energie. Aber wir haben nicht mehr viel Platz. Das heißt, einmal Honig können wir eigentlich hier lassen. Dich können wir da lassen, Honig. Dich können wir da lassen, dich können wir da lassen. Dann kann ich noch wie viel bauen? Nicht viele. Steine brauche ich. Haben wir hier noch irgendwo Steine? Nein, aber wir haben noch Möhrchenzeit. Ist ja auch noch. Wenn wir schon dabei sind. Ein bisschen Energie loswerden. Wollen wir sagen, heb doch auf hier. Zip und zip. Und zwei. Einen kriegen wir noch. So viel Kompostkram. Oh, Möhrchen haben wir jetzt auch erstmal noch ein, zwei. Wollen wir immer noch so viel Energie? Mann, ey. Dann bauen wir halt... ...nochmal hiervon was. Zwei Stück. Reicht nicht mal. Dafür hat es wieder nicht gereicht, ne? Dafür hatte ich ja wieder noch zu viel Energie. Okay, wir gehen schnell schlafen. Damit ihr den Astrologen noch... ...einmal das Highlight in dieser Folge... ...da habe ich wenigstens was, was ich schreiben kann. Aber wir können auch schreiben. Wir haben das Tagebuch gefunden. Ja, wir machen das so. Ich mache an dieser Folge Schluss. Und morgen... ...also für euch morgen. Ich werde jetzt gleich noch weitermachen. Treffen wir den Astrologen. Darum sage ich... ...vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Schönen Tag, schönes Wochenende. Je nachdem, wann es schaut. Und sage einfach bis dahin. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö